Der Begriff Flexen wird jedem Profi- und auch Hobbyhandwerker bekannt sein. Als Firma Ackermann & Schmidt wurde die heutige Flex-Elektrowerkzeuge GmbH 1922 in Bad Cannstatt, Stuttgart von den beiden Partnern Hermann Ackermann und Hermann Schmidt gegründet. Als Teil einer globalen Gruppe entwickelt, produziert und vertreibt Flex mit über 250 Mitarbeitern hier in Steinheim und über 350 in Summe heutzutage Profi-Elektrowerkzeuge in ganz Europa und in vielen Ländern der Welt. Und wir schauen heute mal hinter die Kulissen. Flex steht für This is Performance. Was genau heißt das? Wir sehen unsere Kunden und unsere Handwerker, unsere Anwender als Personen, die immer ein bisschen mehr wollen, und ihre eigenen Standards haben. Und so sehen wir uns selbst auch. Für uns steht Performance über Performance. Gleichzeitig drückt sich in Performance natürlich das Thema Profi auf. Flex-Produkte sind der ideale Begleiter für den Profi-Handwerker. Effizienz auf der Baustelle, wie auch Präzision, beispielsweise beim Schleifen oder beim Schnitt, auf diese seine Bedürfnisse des Profis sind unsere Produkte hin ausgelegt, insbesondere auf Langlebigkeit und Zuverlässigkeit. Was macht Ihre Marke Flex so stark und authentisch? Die Marke Flex wird 2022 dann 100 Jahre alt und das ist ja einfach super toll für uns. Da sind wir extrem stolz. Viel Know-how, viel Wissen, was wir uns da erarbeitet haben. Und für uns ist es auch auf der anderen Seite ein Riesenansporn, einfach immer weiterzumachen, voranzugehen, die Dinge voranzutreiben, nah am Kunden zu sein. Das macht uns authentisch als Marke, denn genauso sind auch wir intern geprägt, die Mitarbeiter, die hier sind, wie Menschen, die eben hinter der Firma Flex stehen. Flex zeichnet ein sehr starker Coregeist aus. Viele unserer Mitarbeiter sind über Jahre und Jahrzehnte sowohl mit dem Unternehmen, mit unseren Kunden und mit ihren Werkzeugen verbunden. Diese Expertise und diese Zugehörigkeit macht uns zu einer Familie von Flexperten und das spürt dann auch der Kunde am Ende. Unsere Produkte von Flex kommen hauptsächlich in Industrie und im Handwerk innerhalb unserer Zielgruppen zum Einsatz. Das ist Sanieren, Renovieren. Das ist das Thema Metall, Edelstahlbearbeitung. Natürlich gehört die Steinbearbeitung mit dazu und der große Bereich des Automotive-Segments. Der Megatrend ist allerdings das Thema Akku. Und da haben wir mit Flex und unserer 18 Volt Akku-Range eine Batterie für unendlich viele Anwendungen, vom Akkuschrauber bis hin zur Kabel- und Gärungssäge, Möglichkeiten geschaffen, um diesem Trend der kabellosen Baustelle schon sehr, sehr nahe zu kommen. Natürlich ist neben dem Thema Batterie noch ganz viele Trends, die man beachten muss. Was ich aber herausstellen möchte, ist das Thema Staub und Feinstaub. Flex ist seit Jahrzehnten eigentlich schon führend darin, Absaugsysteme für unsere Produkte zu entwickeln und immer wieder zu verbessern. Die neueste Generation wird nächstes Jahr auf den Markt kommen und wird dann auch noch intelligent sein. Die wird nämlich mit Sensoren erkennen, wie die Luft sich verändert und dann darauf reagieren und entsprechend gegensteuern. Welchen Service können die Kunden von Flex bei ihren Produkten erwarten? Eine spezielle Serviceleistung ist bei uns der Automotive-Bereich, ganz speziell der Detailing-Bereich, unsere Detailing-Academy, die wir anbieten, indem wir unsere Problemlösungen auf sehr hohem technologischem Niveau dem Kunden näher bringen, Erklärungen und Anwendungen liefern. Das ist einzigartig auf diesem Markt. Wichtig ist für uns, dass wir vorneweg uns informieren, was braucht denn eigentlich der Kunde, was bewegt ihn, welche Lösungen benötigt er, damit sein Arbeitsalltag noch besser wird. Das heißt, wenn wir jetzt gerade in der Digitalkommunikation vorangehen, dann ist unser Team an vorderster Stelle im Social-Media-Bereich und fängt wirklich das Feedback vom Kunden ab, bevor wir uns überlegen, welche Produkte brauchen wir denn, welche Lösungen sind denn in Zukunft gefragt und können das dann so im Kundendialog auch wirklich weiter vorantreiben. Wir gehen sogar so weit, dass wir dem Kunden Prototypen oder Vorseriengeräte an Hand geben, um dann noch kurz vor einer Markteinführung nochmal selbst zu erleben, was ist da eventuell schiefgelaufen und dann nochmal gegenzusteuern. Im Jahr 2022 feiert Flex 100-jähriges Firmenjubiläum. Wo kommen Sie her und wo soll es noch hingehen? Ein 100-jähriges Jubiläum ist natürlich ein guter Zeitpunkt, um mal innezuhalten und zurückzublicken. In den 20er Jahren unserer Gründung war hier eine Zeit des Aufbruchs. Dieses Gefühl des Aufbruchs greifen wir gerade in den letzten Jahren wieder auf. Wir haben unsere Gebäude renoviert in der Verwaltung, im Service und in der Produktion. Wir überarbeiten unsere IT-Landschaft und stecken da mittendrin. Wir haben in unsere Produkte Akkutechnologien, Bürstenlose mit Toren, IoT mit eingebaut und werden es immer noch weiter und versteckt tun. Insofern ist unsere Perspektive auf das Jahr 2022 Proud Paths, Exciting Future. UNTERTITELUNG Vielen Dank.